Wir haben schwere Schäden, kann hier nicht mehr lange warten. Das ist ein Schäden, das ist ein Schäden. Alle Ziele, neun Kali. Das gehört natürlich auch. Molotov? Guck mal nach Granat, nachdem ich Molotov gehockt habe. Ich lebe geschützt. Ich lege doch keine Punkte. Ja, verhaken. Scheiße, mein. Nur weil ich die Scheiß Punkte einsammeln will. Das ist... Jetzt will ich wieder alles von vorn machen. Das ist ja wohl nicht das Wort, bitte. Das ist so unnötig immer. Na ja, komm her, du Brautl. Das ist so unnötig. 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 Ich hab schon gott. Das ist so unnötig. Das ist so unnötig. Das ist so unnötig. Das ist so unnötig. Was ist der? Danke So, jetzt pass auf, jetzt geh ich nämlich da um mich Damit ich die da so schön einsammeln kann, dann schau ich noch da oben, geht dort nicht, ok Boah Boah So, bitte geht doch viel schneller, so Nein, lass die treffen Schau, na wie, wo sie es mit dir So, ich habe mir meine Auszucker Nein, ich habe mir die Überraschung zumindest gut verstanden Ah Da, da kommen wir noch da, ich sehe So, was sind die Nächsten? Da So, und weiter, dir, 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 dir Äh, ja, Auschgranaten Oh, sollte da noch wer sein, da drüben irgendwo Gut, was war das? Jetzt wird scheiße Wir haben zumindest mal einen Kontrollpunkt, das ist schon mal gut Durchhalten Marine, wir haben es fast geschafft Okay Oh, okay Neee Ich weiße, dass der da immer mit seinem Granatwerfer hat Die wissen, was sie zu tun haben. Verschaffen sie uns Zeit Zurück, zurück, zurück Zurück Hm Fuck Schnell Schnell auf Schnell Geh weg Ich hab schon gut zu probieren Schnell 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 Was? Was? Ich hab sie zu gewählten Ich hab vergessen was da geht Aaaaah, g'schafft! Jaaaa, lass mich da drüber rufen! Lass dich zusammen im Kalibat! Hm, okay, ich warte gar nichts. Na, gib mir jetzt einfach ein Waffen, weil ich da komm! Schakal! Ah, ich hätte noch Granaten gehabt! Habe ich vergessen, da geht's eh nicht gut! Und wo der Femi ist? Hm. Hm. Wie viele sind sie denn noch dauernd? Sir! Es wird eng, aber diesmal kriegen wir alle raus! Roger! Ja! 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 hallo ha 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 naja, haben wir wieder bei ausgeschaltet defibrillator da ist er aber tot jawohl das ist der kreatische Energie voll sehr gut ja 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 Erfunten, ja. So, mein Satz vorhin war schon zu beenden, ich hab gedacht, Heilem ist auch erfundene Gang von Marvel. Wir haben raus wie ein abgestochenes Schwein. Ich muss sie direkt am Südende abnehmen. Mir leid. Okay. Anschnallen und Ausrüstung verstauen. Wir werfen diesen Typen aus dem Senkrechtstarter. Sie machen, was? Jetzt kommt die Abrechnung für dich, du Bastard. Absprung in Kürze. Ich gehe so tief wie möglich, aber wir fliegen nur noch mit Dämpfen, also Beheilung. Okay. Ich bin nicht so tief. Ich bin nicht so tief. Es ist gut, dass Sie zu mir kommen, Alcatraz. Aber Sie müssen vorsichtig vorgehen. Lockhart hat seine Elite auf der Insel positioniert. Ich lotse sie so gut ich kann. Aber meine Sicht ist, nun, sagen wir, ziemlich eingeschränkt. Dann verdammt ihr hier der Moosewood Island. Je nach Nordenrichtung. Okay, Spatial Ops. Jawoll. Kurz eine AG nachladen. Ich glaube, ich habe was... K-Volt. Roger, Gelb 5. Beschwerdung ist unterwegs für Ihre Position. Das hat nicht lange gedauert, was? Vielleicht sollten Sie ein wenig vorsichtiger sein. Ach, jetzt mal. Der ist um am Tuch, gell? Ob der um einen Sniper hat? Das ist ein kurlen geschläge. Das ist ja un supported von der…. Du hast es nicht ganz gut gehabt. ※ Sebel ist es schweige, sich seine Position folgen. Und ich möchte gar nicht姐ак Screwen, vielleicht is die Handcode. Ich bin unser St kamu, ich bin Schloss, ich mente- Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.